Musik Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed, most what hit aus dem Jahre 2005. Wir brauchen noch einen Rennsieg, wir haben beim letzten Mal noch einen Rundkurs versucht, da hab ich leider reingekackt. Und wir fahren jetzt noch das eine Mordsternrennen, dann haben wir die Rennen durch, dann können wir noch irgendwie 20.000 Kopfkalt holen und vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir dann sogar schon in diesem Bad den nächsten Blacklistfahrer, in dem Fall die Nummer 7, die gute Kamikaze, fertig machen. Das wäre natürlich sehr krass, weil der letzte Blacklist-Part ist noch gar nicht lange her, hab ich das Gefühl. Vielleicht auch, weil ich den vorhin erst aufgenommen habe, daran kann es natürlich liegen. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich seitdem jetzt schon gemacht habe, aber es dauert wirklich immer zwischen den Blacklistfahrern nur so 2, 3 Parts in aller Regel. Also das ist echt krass, wie wir hier voran pürschen. Aber ich hab ja gesagt, bis zum Galado, bis zum Lambo möchte ich das auch noch so weitermachen, dass wir weitergehen, weitergehen, weitergehen. Dafür brauchen wir halt noch zwei Blacklistfahrer und die holen wir uns jetzt noch. Von einer davon ist eben die gute Kamikaze. Und die könnten wir vielleicht in diesem Bad schon fertig machen, je nachdem wie lange die Verfolgungsjagd gleich dauert. Muss ich aber doch mal schauen. Das wäre natürlich echt krass, wenn wir die jetzt schon fertig machen. Ich weiß gar nicht, warte mal, was hatte sie für einen Wagen? Jetzt hab ich's schon mal vergessen. Da hatte sie nicht den Mercedes. Den brauche ich gar nicht unbedingt, aber wir können ja trotzdem vorher mal speichern und das überlegen uns dann, je nachdem wie schwer die ist, ob wir den unbedingt brauchen oder nicht. Bis jetzt haben wir ja alle Wagen bekommen, bis auf den Mustern von Jewels. Insofern, mal schauen. Entweder fährt man die Wagen selber, das hab ich jetzt in dem Fall nur beim Golf gemacht, beim Forsche gemacht und das werden wir beim Lamborghini machen. Und, ähm, wenn man sie nicht selber fährt, kann man sie im Notfall mal aufbewahren. Falls man irgendwann Geld braucht, dann hat man sie noch. Kann man sie ausschlachten und verkaufen. Ähm, dafür hab ich auch noch irgendwie zwei, drei Wagen hab ich, glaub ich, noch in der Garage stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir noch haben. Oh, zum ersten Mal hab ich das Beil dich erreicht. Zum ersten Mal. Glaub ich zumindest, bei den Mautstellenrennen. Das hatten wir bis jetzt, glaub ich, noch nie. Ne, also ich find den Porsche echt super. Wir sind ja jetzt auch wieder mit dem einige Zeit gefahren. Ihr erinnert euch, wir sind sehr lange mit dem Golf gefahren. Jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit mit dem Porsche. Und es ist ein super Auto, mit dem komm ich gut zurecht. Der fährt sich schön, der sieht gut aus, der klingt gut. Aber ich freu mich dann auch, wenn wir dann endlich den Lambo kriegen. Da freu ich mich jetzt schon sehr drauf. Und, äh, das wird auf jeden Fall auch wieder Hammer dann. Aber da brauchen wir halt noch ein bisschen für. Das wird locker noch. Also haben wir mal jetzt der Part. Wenn wir, wenn wir es theoretisch schaffen, in dem Part hier die gute Kamikaze fertig zu machen, dann brauchen wir ungefähr drei Parts, ähm, um die Sachen zu machen, die wir dann für den nächsten brauchen. Und dann da noch ein Part, also noch vier, also fünf Parts ungefähr. Dann sollten wir theoretisch den Lambo kriegen. Würde ich jetzt einfach mal so ansetzen, vermutungstechnisch. Aber, keine Ahnung, wird sich zeigen müssen, ob das hinhaut. Es kann ja auch immer was dazwischen kommen. Man weiß ja nie, was so passiert, also. Vielleicht geht's schneller, vielleicht dauert's länger. Aber ich freu mich auf jeden Fall auf den Wagen. Und so lange werden wir noch mit dem wunderschönen Porsche hier rumfahren. Der ist ja auch gar nicht so schlecht. Und so lange haben wir den noch nicht. Wir sind ja lange mit dem Golf gefahren. Und im Hintergrund schreien sie sich wieder ein aus dem, aus der Seele, du. Ich kann jetzt keinen sehr langen Part machen. Also ich könnte jetzt keine 25 Minuten machen. Ich hab nämlich nur Speicherplatz für ungefähr 15 bis 20 Minuten. Das heißt, der Part kann gar nicht so lange werden, weil meine Festplatte ist sonst voll. Ich muss noch die alten Nitrospitale rendern. Die nehmen so viel Platz immer weg. Ein Part locker hat 200 Gigabyte. Und das muss ich halt echt noch rendern vorher. Und deswegen kann der Part, das ist der letzte, den ich überhaupt aufnehmen kann, weil dann die Platte voll ist. Und der darf auch nicht allzu lange werden. Vielleicht so 18 Minuten wäre ganz gut. Also mal schauen. Deswegen, wie gesagt, kann es kritisch sein, ob wir die in diesem Part noch fertig kriegen. Also, wenn, dann scheitert es eher daran, dass ich keinen Speicherplatz mehr habe. So, das Rennen haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Okay, wunderbar. Gut ist es. Uns schreibt Rock. Etwas dazu verdienen. Wenn dir langsam das Geld ausgeht, kannst du jederzeit zu den Rennen zurückkehren, die du auf deinem Weg durch die Blacklist noch nicht abgeschlossen hast. Ruf die Blacklist auf, werde einen deiner besiegten Gegner, gehe auf die Liste der Rennen und absolviere die noch nicht abgeschlossenen Rennen. Du kannst auch bereits gewonnene Rennen nochmal fahren, um etwas Geld zu verdienen. Ansonsten kannst du noch einen deiner Wagen verkaufen. Das ist eine schnelle Möglichkeit, um ein Geld zu bekommen. Aber denk dran, die Autohändler in der Stadt geben dir nur die Hälfte des Originalpreises für den Wagen. Das gesamte Geld, das du in Tuning gesteckt hast, geht verloren. Wenn du einen deiner Wagen verkaufen willst, ruf in deinem Unterschlupf den Wagen aus Wahlbildschirm auf und suche einen aus. Ja, wir wollen momentan keinen Wagen verkaufen, denn wir haben eigentlich mehr als genug Geld. So, jetzt brauchen wir nur ein bisschen Kopfgeld, das machen wir noch. Wir haben mehr als genug Geld, insofern brauchen wir das gar nicht machen. Und das ist aber eigentlich ganz lustig, finde ich, dass man die Rennen dann nochmal fahren kann, von den anderen Blacklist fahren. Das heißt, vielleicht, wenn wir merken am Ende, das Let's Play war uns zu kurz, dann können wir das so machen. Das war einfach, ähm, die ganzen Rennen, alle noch nachholen. Dann fahren wir am Ende, holen wir uns dann einen richtig krassen Wagen, zum Beispiel hat den Carrera GT komplett getunt, und mit dem fahren wir dann alle restlichen Rennen noch. Das könnte man natürlich schon machen. So ist es nicht. Also wenn ihr, weil viele immer sagen, öh, warum spielst du das jetzt so schnell durch? Ja gut, man kann das im Endeffekt dann, das was man jetzt halt überspringt, um möglichst schnell an die Blacklist-Spitze zu kommen, kann man ja im Notfall am Ende noch machen. Das ist ja nicht das Problem. Ups, jetzt habe ich den schon kaputt gemacht. Sorry, wollte ich gar nicht. Ersatz, mein Wagen macht schlapp. Sieh mich zurück. Da ist der Verlässige. Die schließen auf. Siehste, so leicht macht man die nämlich kaputt hier. Ich brauche aber auch nicht viel Kopfgeld. Ich bin halt leider erst Fahndungsstufe 1, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe es ja auch selber herausgefordert, indem ich die Fahndungsstufe zum einen selber gesenkt habe, zum anderen hat aber auch Mia dann nochmal einen rausgehauen und hat nochmal die Fahndungsstufe weiter runtergemacht und dann sind wir im Endeffekt hier gelandet. das wird jetzt leider lange dauern, weil ich immer wieder schnell entkommen werde. Aber es fehlt halt nicht mehr viel. Theoretisch kann man auch einfach immer hier runterfahren, das Ding kaputt machen, dann stirbt der und dann kriegt man die ein bisschen, das bisschen was der bringt, aber das ist ja eigentlich langweilig. Ich brauche unterstützend. Aber jetzt sind wir gleich Fahndungsstufe 2, immerhin. Ja, ja, wir fahren hier so unsere Ründchen, fahren mit der Polizei ein bisschen spazieren. Immerhin gleich fahren wir Stufe 2. Eine Straßensperre oder was ist das? 10,75. Ich habe meine Codes leider nicht dabei. Ich hatte ja mal von jemandem alle zugeschickt bekommen, aber jetzt muss ich die wieder hinterher fahren, weil die wieder abbauen. Das Problem ist nur, wenn die abbauen, sind die mega schnell und den werde ich nicht kriegen. Guck mal, seht ihr wieder abzischt? Das ist so kaputt. Das ist aber echt manchmal so. Wenn die nicht verlieren, dann hauen die ab mit Highspeed, mit 400 Sachen. Du kommst da nicht mehr ran. Die sind dann so schnell. Jetzt werde ich schon wieder entkommen wahrscheinlich. Ohne, dass ich das will. Ne, also wir werden sie vermutlich definitiv in diesem Bad nicht mehr fertig kriegen, die gute Kamikaze. Also der ist geflogen. Macht aber ja nichts. Das heißt, vielleicht anfangen werden wir sie wahrscheinlich schon können und dann machen wir sie dann beim nächsten Mal zu Ende. Wie du verlierst mich. Du bist doch hier. Das ist so mies, diese KI. Du kommst da nicht ran, ey. Ihr zieht mich zum Anhalten, das werde ich aber mal sehen. Und da fängt es an zu schütten. Einfach mal durchfahren. Bisschen was kaputt machen, aber leider ist keiner kaputt gegangen. Festnahme negativ. Ne, also das Kopfgeld werden wir schaffen in diesem Part. Aber viel mehr dann auch nicht so. Fahren wir doch mal ein bisschen auf dem Golfplatz rum hier. Ein bisschen golfen gehen. Schön durch die Sanddinger. Ist auch cool, muss auch mal sagen. Nicht, dass ich hier auf dem unebenen Untergrund noch geschnappt werde, weil der Wagen sich hier kaum steuern lässt, vor allem hier im Sand. Ich sollte mal lieber hier weg. Ist halt kein Offroad-tauglicher Wagen. Aber so ein bisschen über den Golfplatz zu heizen ist auch mal ganz nett. Oder? Was mein dir? Oh, jetzt habe ich einen kaputt gemacht. Wie auch immer. Aber wir sind jetzt schon fast, also die Fahnenstufe steigt ja so krass schnell wieder. Wir waren vorhin noch Fahnenstufe 1, jetzt sind wir gleich schon Fahnenstufe 3. Ja, Jungs. Wie ist es? Gebt mir mal ein bisschen Kopfgeld oder geht's sterben. Nee, auch wenn da keiner reingesammelt. Das ist schade. Normalerweise kriegt man die auch damit teilweise kaputt. Das ist auch so ein bisschen wie so ein mobiler Verfolgungsstopper eigentlich. Manchmal, äh, manchmal macht man sich damit aber auch selber nur Probleme. So, jetzt sind wir gleich Fahnenstufe 3. Ja, ihr seht schon, das wird doch noch ein bisschen Dauer neben der Verfolgungsjagd. Weil die mich noch nicht so richtig in Ruhe lassen wollen. Das ist auch gar nicht warum. So, jetzt sollten wir es aber eigentlich mal loswerden hier. Wobei das eigentlich noch gar nichts bringt. Ich brauche nämlich noch mehr Kopfgeld. Und jetzt sind wir Fahnenstufe 3. Naja, gut. Wir kommen erst mal. Wir können das dann nochmal machen, nochmal machen. Da ist wieder einer. Oh, der ist geflogen. Tschüss. Gute Reise, würde ich sagen. Oh, eine Straßensperre. Das ist super, weil das bringt uns Kopfgeld. Yeah, nice. Sehr schön. So. Haben wir irgendwelche Kopfs in der Nähe? Ja, haben wir tatsächlich. Wo auch immer der jetzt herkommt. Oh, oh. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Mein Lieber. Du brauchst gar nicht erst so zu tun, als könntest du mich jetzt kriegen. So, genau. Du fährst mal schön da rein. Wunderbar. Schade. Ich dachte, vielleicht entkomme ich hier schon. Aber das scheint noch ein bisschen zu dauern hier. Ob man es will oder nicht. Man kann es sich ja leider doch nicht ausdrucken. Wenn es zu lange dauert und die Aufnahme von alleine ausgeht, weil die Festplatte voll ist, dann mache ich das natürlich aus dann. Ich mache dann Pause, damit ihr dann nichts verpasst. Ich muss nur darauf achten, auf die Zahl, dass ich das sehe, ob Straps ausgeht. Und wenn ja, dann ist halt mit drin Schluss und dann machen wir dann beim nächsten Mal noch weiter, falls das zu lange dauert. So, der Verfolgungsstopper war ein bisschen irreführend. Der ist nämlich oben. Ah, nein, 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 keine gute Idee. Ah, das ist so kritisch immer. Mit den Chancen muss man echt aufpassen. Da darf man darf man nicht zu riskant sein. Ich bin schon mal bei einer Straßensperre hängen geblieben, ihr erinnert euch. Und das ist riskant, aber die bringen halt auch Kopfgeld, deswegen. Komm, wir fahren mal hier durchs Stadion und da kam es immer gut vor den Kopf davon. In aller Regel. Durch das kleine Ding da. Durch so ein, was ist das? Amphitheater oder sowas. Durch so eine Bühne halt. Ja, ich habe Sichtkontakt. Kuh 3. Tja, dauert länger, als ich wollte. Aber macht ja nichts. Okay. Und da kommt Verstärkung und 15 Wagen. Alter. Das wird noch bis zum Ende dauern. Ich sag's euch. Meilenstein erreicht. Ich werde auch gleich noch wahrscheinlich dann, äh, Fahne Stufe 4 erreichen und uns dann doch wieder nicht zu Ende bringen können. Oh, hier ist ein Versteck. Wo, 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 wo? Da. Komm schon, lass mich mal entkommen hier. Ich glaube zwar, dass das vielleicht immer noch nicht reicht, aber wir haben einen Meilenstein bekommen. Doch, das wird reichen. Wir haben einen Meilenstein bekommen. Das wird reichen, ja. Schön. Wunderbar. So, Verfolgungsdauer 23.000. Polizei war zerstört. Nochmal 11.000. Verfolgungsdauer, Kopffeld, äh, Meilenstein und damit sind wir bei 94.000 und das müsste reichen. Das müsste reichen. Ja, Rock schreibt uns. Habe gehört, dass Casey ein Rennen gegen dich will. Das Mädel hat sie nicht alle. Nimm sie dir vor und mach sie fertig. Ja, das werde ich natürlich machen, mein Lieber. Das ist klar, was anderes gibt's gar nicht. Frauen schlagen zwar nicht, aber Frauen fertig machen ist kein Problem. Also Casey sagt er. Ich hab ja Katze oder Kamikaze oder Case gesagt, aber er sagt Casey, Casey, aber dann schreibt man sie eigentlich, ja gut, sie kann sich ja schreiben, wie sie will. Ähm, und die will also von mir fertig gemacht werden, denn wir haben jetzt alles, was wir brauchen für die Gute. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück zum Unterschlupf, speichern natürlich einmal und dann können wir zumindest vielleicht schon das erste Rennen noch fahren, sonst ist der Part jetzt arg kurz, das möchte ich euch auch nicht antun. Auch wenn ich das natürlich immer gerne in einem Part mache, ihr wisst ja, ganz werden wir es nicht schaffen, aber ich will auch nicht jetzt gar nichts machen. Also wir fangen sich schon mal an. Den ersten Sprint werde ich einmal versuchen, wenn der klappt, dann haben wir die Hälfte, wenn der nicht klappt, machen wir beim nächsten Mal dann den Rest. Okay, los geht's gegen Kamikaze, Casey, Nummer sieben auf der Blacklist, glaube ich. Mal gucken, was sie kann. Wir hatten also die letzten, den letzten da hier gegen, wer war denn da hier, die letzte? Jules war, glaube ich, die letzte da. Wir hatten ja doch ein bisschen Probleme dann, aber im Endeffekt ging es dann auch ganz gut. Wir müssen mal schauen, wie sie mit ihrem Mercedes, was für Probleme sie uns da bereitet oder ob wir sie vielleicht fertig machen können. Warum saß da jetzt gerade am Steuern, Kerl? Habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Casey ist doch ein Mädchen oder nicht? Aber da sitzt eindeutig am Steuer, saß gerade eindeutig ein Kerl. Aber die heißt doch, das ist doch ein Girl oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen in dem Spiel? Casey ist doch ein, ja, er sagt doch auch die ganze Zeit das Mädel, aber am Lenkrad saß gerade hundertprozentig und ich habe mich nicht vertan. Es war auch keine Transe, es war hundertprozentig ein Kerl. Das ist ja auch mal süß, weißt du? Da sagt sie, sie ist das. Im Endeffekt lässt sie bei den Rennen irgendjemand anders fahren, der dann für sie quasi die Rennsiege holt und sie lässt sich das gut schreiben oder wie? Soll ich mir auch hier Michael Schumacher ranholen oder was? Okay, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, der liegt ja gerade leider. Hatte ja leider einen Unfall, das war jetzt ein blödes Beispiel. Da treppt man leider mal einen Fettnäpfchen ab und zu. Tut mir leid, wollte ich nicht. Ist der erste Rennfahrer, der mir eingefallen ist. Okay, soll ich mir Sebastian Vettel ranholen? Oder was? Der fährt dann für mich und dann sage ich, ja, schön habe ich dich fertig gemacht. Und dann holt sie sich irgendwelche Kerle, die für sie fahren. Wahrscheinlich, weil sie keine Ahnung hat oder weil sie noch in der Maniküre ist oder was. Lässt sie sich noch die Nägel machen? Ist eh so ein Frauenauto. Guckt ihr das Ding doch an. Ist ja schlimm. Finde ich nicht fair, dass sie einfach andere für sich fahren lässt. Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wir fahren doch gerade gegen Nummer 7. Oder nicht? Und ich habe doch die ganze Zeit bin ich davon... Ja, klar, der hat ja auch... Jock hat doch auch gesagt, das Mädel hat sie nicht alle und mach sie fertig. Ich habe das schon nicht irgendwie falsch mitbekommen. Ja, das ist also wirklich tatsächlich ein Spielfehler. Wahrscheinlich sind die Fahrer sowieso immer Standard. Immer derselbe. Also von dem Modell, was im Auto drin ist, wahrscheinlich immer derselbe. So, die Hälfte haben wir. Er oder sie ist ja eigentlich jetzt eher ein R, obwohl wir eigentlich gerade gegen sie fahren. Hängt ziemlich nah an uns dran. Und ich glaube, das könnte schwierig werden, das beim ersten Mal zu gewinnen. Wir versuchen es natürlich. Einen Versuch gebe ich dem Rennen. Wenn wir es nicht schaffen, dann machen wir das beim nächsten Mal dann. Dann haben wir tatsächlich doch komplett den Blacklist-Fahrer in einem Rennen. Aber wir versuchen es erst einmal. Wenn wir die Hälfte schon schaffen jetzt, das wäre natürlich auch ganz nett. Hätte ich nichts gegen. So, bei 70% sind wir. Achtung, steile Kurve. Sag ich nur. Wie gesagt, wenn es zu lange dauert, geht mein Video leider einfach aus. Also wenn das hier mitten im Rennen endet, dann kann ich mir nur so viel sagen, sorry, aber meine Festplatte war voll. Das ist dann höhere Gewalt, da kann ich dann nichts mehr dran machen. Die ist jetzt nun mal voll und voll ist voll. Da kann ich jetzt auch nichts löschen, weil das alles noch gerendert werden muss. Aber ich glaube nicht, dass wir das beim ersten Versuch gewinnen werden. Erstens, weil es der erste Versuch ist und man den auch im Prinzip nicht gewinnt. Und zweitens, weil er da gerade vorne wegfährt. Leider dann am Ende doch noch in die in die Ecke reingekratscht. Ne, haben wir verloren. Schade, aber so knapp. Seht ihr, wie nah wir da dran sind? Okay, beim nächsten Mal müssen wir das nochmal machen. Schade, ich hab's versucht. Hat nicht geklappt. Also, dann hat das Spiel mir sagen wollen, doch, mach alles in einem Part. Den kompletten Blacklist-Fahrer ist wohl besser. Zumindest können wir jetzt dann beim nächsten Mal alles in einem Part machen und ihn oder sie auch fertig machen. Ist auch schön, dass es dann doch noch ein Part länger gedauert hat. Bis zum nächsten Mal bei euch. Einen schönen Tag und alles Gute, euer Walle. Bye, bye. Ich bin raus und ich muss jetzt erstmal rennen, denn sonst kann ich keine Videos mehr aufnehmen. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bahtaladay. Vielen Dank.